Hi und willkommen zurück zum Mega. Heute machen wir was besonderes, denn wir bereiten heute den Angel Ring vor. Wir werden das komplette End auslutschen und damit bewerte den Part und viel Spaß. Also im Großen und Ganzen heißt, dass wir einen Builder ins End stellen, damit wir da dann die supergeile Ressource bekommen. Ich weiß gar nicht, Unobtainium oder so oder das andere. Dafür würde ich jetzt ganz gerne noch einen, jetzt kommt's, einen Quantum Entagloporter bauen. Damit kann man wohl Items und Strom über Dimensionen übertragen. Noch nie benutzt, deswegen machen wir das heute zum ersten Mal. Und den würde ich hier hinten mal einbauen, beziehungsweise ich brauche dafür noch einen Osmium Kompressor. Und den packe ich jetzt mal hinten rein. Muss den jetzt noch konfigurieren. Wir gucken mal, ob wir das bestellen können. Ich glaube, so viel brauche ich glaube ich gar nicht. Vielleicht vier. Schnell gucken. Vielleicht müssen wir die Maschine auch anders anbinden, damit die automatisch halt immer dieses Osmium hier reinbekommt. Auf gelb, auf rot dann das, was wir bestellen und blau ist halt dann der Output. Könnte man vielleicht versuchen, weil so funktioniert es gerade nicht. Ja, an sich geht's. Da muss ich das nur anders anschließen. Okay. Hast du schon mal dazu. Alles klar. Warte, wofür braucht man das denn? Ah ja, hier vier Stück. Und hier brauchen wir nix. Okay, dann brauchen wir nur vier Barren. Wohl eigentlich brauchen wir acht Stück. Weil wenn das irgendwie über Dimensionen geht, brauchen wir einen und einen Ausgang, oder nicht? Zwei Stück sind fertig. Ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwie Leitungen brauche. Irgendwie Cable. Ich nehme einfach mal mit jetzt. Boah, nach dem sonntägigen Livestream können wir vielleicht sowieso fliegen. Vielleicht. Und da fällt mir ein, eigentlich müssen wir das End auch noch leer lutschen. Aber das können wir auch im Stream machen, by the way. Ich mache jetzt nur mal das... Ne, nicht das End. Das machen wir jetzt hier. Den Neter. Da gibt es ja auch nochmal Sachen zum Finden, ne? So, erweitertes End. Wir können fliegen. Das ist gut. Anobtenium. End Highlands Bioms Only. Okay, End Highlands. End. Ah, jetzt habe ich das nicht angeschlossen. Ach, ey. Oh, Mann, ey. Warte, ich gebe nochmal ein. End Highlands. Jetzt lass das nicht so weit weg sein, Alter. 1600. Da steht's. Aber wir schließen nochmal ganz kurz das andere Ding an. Warte. So, hier ist der Platz, glaube ich. Da können wir einmal Strom anschließen. So, Builder. Oh, Strom ist direkt dran. Das ging ja flott. Da, wo die Pipets dran ist, ist, glaube ich, vorne. Ja, das sieht gut aus. Und dann machen wir nur, also für alle Fälle, machen wir jetzt nochmal den hier. Raus. Dann machen wir hier eine Kiste dran und da dran dann so ein Importer. Später kann man das natürlich nur alles ein bisschen schöner aufbauen, aber jetzt sollte das erstmal reichen. Ist ja mehr oder weniger auch so ein kleiner Test. Importer, Kabel dran. Oh, warte. Kabel dran. Und Beschleunigerkarten. So, alles, was da drin ist, landet jetzt in meinem E-System. Boah, da wäre gedauert, ne? Erweitertes End. 1600 Meter in welche Richtung? Da, in die Richtung. Also, wenn das Biom ohne Felsen wäre, wäre das echt doof, weil dann, da können wir halt nichts abbauen, ne? Ach doch, hier, guckt, guckt. Oh, zum Glück. Ja, endlich. Willkommen in den End-Thailand. Ich hätte eigentlich noch einen Crystal mitbringen sollen zum Teleportieren, aber wir können hier gleich Home machen und dann können wir ja mit Backheber da zurück. Sollte gehen. Ansonsten holen wir dann später nochmal einen. Weiß zwar ehrlich gesagt nicht, warum ich das Feld hier so groß mache, aber immerhin. So, der Builder kommt hier hin. Aber warte mal, wo sind die Chunk-Grenzen? Weil den Bereich müssen wir dann gleich laden. Builder kommt hier hin, damit die Query halt weiterläuft. So, der läuft, der ist geladen. Warum ich hier den Chunk lade, habe ich, glaube ich, schon achtmal erzählt. Dann kommt jetzt der da dran. Da ist sogar noch eine Shapecard drin. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Ich gehe einmal ganz kurz zurück, weil ich glaube, wir brauchen noch eine Chest, die da drauf sitzt. Weil der Builder braucht ein Inventar über sich. Und wenn ich jetzt Back mache, müsste ich eigentlich wieder da sein. Dann Kabel da, den da drauf und die Transportpipe dahin. Jetzt haben wir es aber wirklich, ne? Und dann machen wir Tool, machen wir raus. Da geht es rein. Muss ich nur einstellen, dass Energie unten rauskommt. Erstmal clearen wir alle Seiten und sagen, Input, linke Seite klappt. Dann haben wir Energie. Energie machen wir erstmal Clear und sagen, unten ist Energie Output. Eject on. So, jetzt kommt eine Idee raus. Okay, okay. Jetzt können wir... Ne, können wir noch nicht... Wir müssen doch die Shapecard fertig machen. Okay, warte. Äh, bis wohin geht das denn? Hör mal. Now select the first corner. Äh, warte. So, die Inseln da oben werden jetzt auch mit weggerissen. Was wir noch brauchen für so eine Krabby ist, dass alles verarbeitet wird. Das haben wir jetzt noch nicht drin. Vielleicht sollten wir zu Hause noch ein paar Disketten bereitlegen, weil sonst ist nachher alles voll. Weil die Fläche ist halt sehr, sehr groß. Wirst du eigentlich erkennen, was... Ich glaube hier, oder? Ja, doch. Ich glaube auch. Ich habe so ein gerader Schnitt hier drin. Ja, komm, wenn wir schon mal da sind, können wir das auch mitnehmen. Disguise, der Lim... Oh, Totem of Void, Undying. WTF, kannst du einfach eine Op enthalten. Und wenn du ins Void fällst, bist du noch da. Orb of Temporary Flight, was es nicht alles gibt hier. Ich glaube, wir müssen mal eine Ende Erkundungstour machen. Wie cool ist das hier, bitteschön. Ich habe nur keine Ahnung, was das ist, aber ist nicht schlimm. So, wir gehen jetzt zurück. Ah, ne, das war nicht zurück. Home und Back funktioniert halt nicht immer, aber ist cool. So, den finde ich aber geil. Den halten wir mal hier drin. Das ist ja mal mega cool. So, der kann weg, der kann weg, der kann weg. Das kann weg. Der Drachenkopf kann auch weg. Dann, Shrinking Device packen wir wieder in unsere Tasche rein. Braucht man ja mal immer wieder. Und ich wollte gucken, ob wir... Bekommen wir Components hin? Components hört sich gut an. Ja, wir haben eine 64K. Was ist, wenn wir 10, 16K-Disketten machen? Würde sogar gehen, weil es kommt so viel rein. Wir bekommen gerade arme Trin. Was auch immer es ist. Coole Sachen kann man damit bauen. Nice. Und jeden Moment fertig. Und theoretisch müssten dann diese Logic-Prozessoren automatisch nachgecraftet werden, weil wir in der letzten Folge immer ein Minimum eingegeben haben. Das ist fertig. Und jetzt müsste eigentlich der Requester merken, oh, es sind zu wenig da. Ja, und dann craftet er 20 Stück. Perfekt. So, jetzt können wir hergehen und nochmal das Quarzglas hier reinstopfen. Das hat jetzt ein Problem. Und wenn ich jetzt hier so ein paar Housings mache mit den Zells drin, dann habe ich Disketten. Habe ich Zells. Andersrum. Egal. Passt schon. Und dafür haben wir das hier, ne? Können wir so jetzt reinlegen. Das Blöde ist hier, das ist wahrscheinlich irgendwo, ne? Ach, nee, gar nicht. Lol. Hier unten in der Ecke. Perfekt. Okay, dann haben wir jetzt ordentlich Platz. Ich hoffe, das End wird nicht diese Diskette überfüllen. Jetzt gucken wir nochmal einmal unten, wie die Kiste aussehen. Interessiert mich jetzt auch noch, die ich jetzt hier angeschlossen hatte. Aber schon geil. Das heißt, ihr kriegt bald irgendwo einen richtig geilen Platz. Ja, kommt auf jeden Fall was bei rum. Ich glaube, unser Bilder hat schon was gefunden. Das ist unser Ziel. Da ist Unobtainium. Oh, nice. Okay, warte, ich gucke mal ganz kurz. Wie viel brauchen wir denn davon? Unobtainium Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen 5 Unobtainium Blöcke. Also 5 mal 9, 35 Barren brauchen wir. Ja, Fortune abbauen. Oh, scheiße. Ach nee, gar nicht. Ich muss im Neta die Pickaxe machen mit Vibranium. Vibranium kann ich abbauen mit All the Modium. Und Unobtainium kann ich abbauen mit dem, aus dem Neta das Zeug, ne? Alles egal. Haben wir da schon mal freigeschaltet hier. Freige, Dings, freigegraben. Jetzt haben wir es. So, wir brauchen allerdings noch mehr, ne? Zwei reichen nicht. Ah ja, ich habe die Query nochmal neu eingestellt. Ich habe irgendwie nur von hier bis nach ganz oben gemacht. Das wäre ja viel zu wenig gewesen. Deswegen habe ich jetzt von hier bis da ganz hinten gemacht. Wir nehmen allerdings nicht mehr die obere Etage mit, weil da ist, glaube ich, nichts. Das heißt, die schweben einfach nur so, sondern wirklich nur den unteren Bereich. Der wird richtig weggeschrubbt. Also, vergesst nicht, Livestream Sonntag 19 Uhr. Tschüss.